Ah, hey Bro, freu mich, dass du es geschafft hast. Warte mal, gehört das alles dir? Wie viele Familien wohne denn bitte? Oh, mein Vater hier und ich. Alter, das ist ja riesig, das müssen bestimmt 15 Schlafzimmer sein. Das sind tatsächlich 34, ja, für die Mitarbeiter hier. Warte, ihr habt Mitarbeiter? Ja, du etwa, nicht? Ja, also, meine Mutti, du verstehst schon. Nein, ich verstehe nicht. Und es ist ja wirklich ein riesiger Park, also mega cool, wirklich. Ach so, das ist noch mein kleines Gemüsebeet, dahinter geht's noch weiter. Boah, cool, ey, wollen wir nicht vielleicht mal reingehen? Na klar, gerne, komm mit, das ist mein bescheidenes Heim. Warte mal, ich hab gedacht, du lebst im Schloss. Wie? Da drin? Seh ich reich aus, oder was?